An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Hervie D'Aubigny. Verteidig die Mauern! Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! D'Aubigny! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr! Recht ist ein! Recht ist ein! Die Bögen in Anschlag und Feuer frei! Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Die Schwarzenfels-Truppen erklommen die Ostmauern. Hinterkopf! Ah! Schuter! Games! Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Wir waren im Vorteil. Es brauchte nur noch eine letzte Anstrengung. Stone war ein Eroberer. Und einer der besten, den ich je sah. Sie verlieren den Boden! Stopp! Was ist das? Das war's. nicht schlecht schwarzen fels wahrlich nicht schlecht obwohl ich das sicher auch allein geschafft hätte aber ja